halli hallo habe die ehren jetzt willkommen zurück zum car detailing simulator wir machen im munter weiter in der hoffnung wir kriegen mal irgendwie zeit zeit was findet zeit 14 minuten 53 tatsächlich sehr sportlich sein okay dann heißt drei zwei eins alle und wir fangen an um das auto zu waschen wir fangen an das auto zu waschen fängt schnell 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 und ordentlich ist fertig gut und weg damit dann machen wir als nächstes die autoscheiben dann werden wir reifen und wenn man abledern danach machen dann die scheinwerfer hier müssen wir auch noch die kratzer vorher natürlich entfernen wir wollten eigentlich jetzt die scheiben machen na hallo und wir machen jetzt den schaum nicht drauf ich glaube das wird echt klappt so schau mal habe ich gemeint natürlich den schwamm oder muss ich gas geben Habe ich das Gefühl. Okay, eine Hammer. Schreiben, 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 schreiben. Ehh, ja. das muss ich machen ich kann die ich kann dir nicht so matt lassen kann ich nicht 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 nur gewisse man hier noch mal ein paar schlieren drin als größtenteil zauber komm 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 Nice, 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 nice. Warte, wir haben nur noch 10 Minuten. Echt sportlich, du. So, jetzt hat es es. Bledern, ausab. Soll ich mit der Lampe drüber gehen oder nicht, wenn wir jetzt nicht schlüssig? Ich möchte es jetzt schon sauber abliefern, zumindest größtenteils, damit sie ein paar Fleckerl haben, wo noch Wasser drauf ist, um Gottes Willen, dass es um Zeit geht. Aber ich sollte schon mal erzählen, eine ordentliche Arbeit hier zu klatschen. Oh, es fehlt noch was bei der Karosserie zum Abwischen. Das ist gut. Das ist gut. Um. Das ist gut. ledigts kratzer erledigt nicht viele kratzer wasserflecken 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 Spiegel waschen, Spiegel waschen. Ups. Hop, 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 hop. Danke. Danke. Oh. Sitze reparieren. Okay. Unser Multifunktionsspray, das ist so schön. Okay. Gut, Aris schaut gut aus von der Zeit, würde ich jetzt behaupten. Können wir noch die restlichen Wasserflecken wegmachen? Okay. Ups, scheiße, Rücksitzbank. Oh, der ist völlig verballert. Komm. Ja, halt so viel Zeit, wenn wir noch möglich haben. Innerhalb Minuten. Ich will jetzt mal schätzen. Aber wir sind die schnellsten im ganzen Land. Wir sind ja eine Pistole. Ey, Western-Feeling. Wir ziehen am schnellsten. So, Autolack hin. Tup, 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 tup. Türen zu. Türen zu. Lackieren. In. Gut. Einmal noch schnell drüber, Wiener. War hier. Und zwar, war hier noch irgendwo was? Schau mal, wenn es noch hin hat. Mal schauen, was noch. Akt. Oh, da. Oh, wo haben wir denn hinten fotografieren? Oh, wo haben wir denn aufgehört? Das ist ehrlich gesagt nicht mehr. Das war unser letzter. Jetzt wird er weiter. Gut. Aber der ist hier brillant gelöst. Bäumen. Mal ein kurzer Arbeitstag. Darf auch mal sein, oder? Man darf sich mal eher ein bisschen freien nehmen und so. Ein bisschen dreckig. Soll ich das sauber machen? Mal ein bisschen, dass er seinen Arbeitsplatz sauber macht. Was? So schön, die Lappen und so. Das hat alles, die da glänzt. Hm. Hm. Okay. Wollen wir so weiter Unfug sein. Alles klärchen. Dann machen wir Feierabend. Dann haben wir mal wieder einen Auftrag auf Zeit gehabt. Sehr schön. Und ja. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir gerne ein Abo, Kommentar oder Like da. Würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin sage ich habe die Ehre und Servas. s.